Die Deutschen sind seit einigen Jahren sehr stark und haben in großen Wettbewerben einiges erreicht. Ich denke, dass sie ein eingespieltes Team sind, dadurch, dass sie seit einigen Jahren mit den gleichen Spielern agieren. Alle kennen sich sehr gut. Wir werden natürlich alles geben, um das Spiel zu gewinnen. Für eine Mannschaft wie Frankreich gibt es keine Freundschaftsspiele. Wir werden die Partie auch dazu nutzen, uns auf die Spiele im März vorzubereiten. Wir werden gegen ein starkes deutsches Team spielen, auch wenn einige Akteure verletzt sind. Aber es bleibt ein Team mit starken Spielern und es wird nicht einfach für uns werden. Für uns ist das Spiel wichtiger als für sie. Wir spielen zu Hause, vor dem eigenen Publikum. Mit einem guten Ergebnis würden wir viel Selbstvertrauen für die Spiele im März tanken. Mit den Bayern spielt er seit Jahren auf hohem Niveau. Er genießt dort volles Vertrauen, das er im französischen Team in der Vergangenheit vielleicht nicht immer hatte. Aber wir haben sehr viel miteinander gesprochen. Wir sprechen, wir sprechen, wir sprechen. Wir sprechen, wir sprechen, wir sprechen mit ihm. Bis zum nächsten Mal.